So, werte Geister und Geisterinnen, herzlich willkommen zu diesem Quick-Guide für den Winterhauch-Festerfolg Brüderliche Weihnacht. Wir brauchen einen Mistelzweig und sollen den dann auf unsere Hordenbrüder anwenden. Das macht ungefähr genauso viel Spaß, wie es sich anhört. Und zunächst brauchen wir einen Mistelzweig, den bekommt ihr ganz einfach. Ihr sucht eben einen solchen Mistelzweig, ihr seht unten rechts ist das auch markiert. Die findet ihr eigentlich über diesen Pärchen, die überall in der Nähe von Gastwirten, also in Gasthäusern stehen. So ziemlich wirklich überall. Dann nehmt ihr einen ins Target. Und ich habe jetzt schon gerade abgeholt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und benutzt das Kuss-Makro, also Slash-Kuss. Oder eben hier über die Emotes findet ihr es auch. Wenn eure Tastatur irgendwie aufgrund eines letzten Rage-Anfalls kaputt gegangen ist, geht es also auch so. Und dann bekommt ihr fünf davon in euer Inventar. Sehen gebunden, also hin und her schicken ist nicht. Und wir wollen jetzt den ersten Bruder suchen, den Unterstadt. Der steht hier oben im Kriegsviertel. Fliegen wir also fix hin auf unserem festlichen Rentier. Müsste ein Untoter sein in einer, ja, pinken Robe. Und da haben wir ihn auch schon. Bruder Malach, da steht er hier unter Stadt. Karte vielleicht nochmal, Kriegsviertel oben. Koordinaten ungefähr 51, 21. Mistelzweig drauf anwenden. Und wir haben einen Teil des Erfolgs. Denkt dran, das ist ein Erfolgsteil. Das heißt, das müsst ihr mit einem Char machen. Ja, soll heißen, den gesamten Winterhauch-Erfolg, wenn wir hier beim Winterhauch-Engel gucken, die einzelnen Teile, da ist relativ egal, mit welchem Char ihr das macht. Die werden dann in diesem Meta-Achievement gespeichert. Diese einzelnen kleinen Einzelerfolgsfortschritte, die müsst ihr mit einem, ja, einzigen Char quasi abackern. Also für uns heißt das jetzt ab nach Nordend, das lässt sich gut verbinden, Kriegsvielmenfeste und Eiskrone. Da gehen wir nach Eisen, nach Eisenschmiede, nach Orgrimmar, fliegen mit dem Zeppelin, sind dann direkt in der Kriegsvielmenfeste und fliegen dann nach Eiskrone. Wo die Brüder da stehen, gucken wir uns jetzt im Folgenden noch an. Wir befinden uns in Nordend, in der Boreanischen Tundra, in der Kriegsvielmenfeste von einem der Seitenausgängereien oder vom Zeppelin eben direkt hier runter an Garosch und Sauerfang vorbeigeflogen. Hier bei den Stellen haben wir, du Gott, Wolfsbruder, hier einfach auch wieder den Mistsitzweig benutzen und schon fehlt uns nur noch die Eiskrone, die ja nun glücklicherweise auch in Nordend liegt. Und wir befinden uns in Eiskrone-Koordinaten, diesmal nicht ganz so toll, denn der befindet sich trickigerweise auf dem Luftschiff Orgrimshammer, bei der Horde jedenfalls. Und das pendelt hier eben in diesem kleinen, ja, Oval, wenn man es so will. Da unten sehen wir parallel, dass alle Luftschiffe fliegen und da befindet er sich eben drauf. Und, ja, den suchen wir jetzt eben auch nochmal Müsste. Wir gucken mal, Bruder, Bruder, Bruder Kelthan ist das, der hier sicherlich irgendwo an Deck, ja, herumkriecht. Das ist der gute Koltira. Wo versteckt er denn den Bruder? Die anderen waren ja jetzt gar nicht so schwer zu finden, aber auf dem Luftschiff ohne feste Koordinatenposition wandelt der hier sicherlich, ja, einfach so ein bisschen rum. Sie haben ihn ein bisschen besser versteckt, aber hier findet man eben dann den, ja, letzten dieser Brüder im Geiste oder was auch immer. So, Freunde, ich warte ihn. Da ist er doch, jawohl. Da haben wir ihn, läuft hier mit dem guten Kriegshetzer herum. Und einen Mistel 2 kamen wir für ihn natürlich auch noch und können uns somit das Achievement hier wunderbar sichern. Im Idealfall ist das einer eurer letzten hier eben. Und ihr habt dann auch das Meta-Achievement, zumindest könnt ihr es euch so vor so hort und so weiter sichern. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, ihr konntet euch helfen. Vergesst die Mistel 2 nicht, bevor ihr euch auf die Suche macht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschauß! Zöge eure Klinge sicher ziehen. Zöge eure Klinge sicher ziehen.